Mein bester Kumpel macht heute ne Party, aber ich will auch das Staffelfinale von meiner Lieblingsserie sehen. Ja, aber dann geh doch zur Party. Ich mein, die Serie läuft ja nicht weg. Ja, ist aber echt ne gute Serie. Aber ich hab auch Bock auf Party. Man kann nicht an mehreren Orten gleichzeitig sein. Musst dich schon entscheiden. Man kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Das stimmt. Ja, das geht nicht. Kann nicht hier sein und da gleichzeitig. Okay. Also ich kann nicht hier sitzen und da, wo du bist jetzt gerade stehen, ne? Das geht nicht. Okay, ich hab verstanden, worauf du hinaus willst. Ich mein nur, mit sich selber reden, gleichzeitig, während der andere Mann selber ist, das geht gar nicht. Ja, irgendwie muss ich die Videos doch drehen. In echt geht das gar nicht. Ja, ich schneid das dann einfach so zusammen. Ja, dann mach doch deinen Scheiß.